Moin und herzlich Willkommen zum Fototutorial Mittwoch. Heute geht es um das Thema Nordlichtfotografie, also Aurora Boliaris, wie es wissenschaftlich heißt. Wenn dich interessiert, wie man Nordlichter fotografiert, wo man sie findet und was es damit auf sich hat, dann bleib dran. All das erzähle ich dir wie immer direkt nach dem Intro. Nordlichtfotografie oder wie man auf der Südhalbkugel sagt, Südlichtfotografie. Ja, du hast richtig gehört, denn auch Richtung Antarktis gibt es dieses Phänomen, denn es ist ein Phänomen, was durchaus mit den Polkappen zu tun hat. Ich habe mir hier mal ein paar Notizen dazu gemacht und zwar ist es so, dass durch Sonnenstürme elektrisch geladene Teilchen auf Stickstoff- und Sauerstoffatome in der Hochatmosphäre treffen, mit diesen Atomen reagieren und dadurch entsteht das Leuchten, was man jahrhundertelang für ein, ich sag mal, ein gottgemachtes und von Feen bestimmtes Phänomen gehalten hat. Heute wissen wir, ist rein wissenschaftlich zu erklären und ist auch gut so, dass diese Teilchen nicht durch die Atmosphäre kommen, denn ansonsten wäre das gar nicht so schön für diesen Planeten und vor allem für die, die darauf leben, nämlich uns. Wenn du Nordlichter fotografieren möchtest, dann gibt es natürlich sowohl technische als auch örtliche Dinge, die zu beachten sind. Da möchte ich dich heute ein ganzes bisschen zu abholen. Wie du siehst, ich sitze hier auf Island. Wir hatten in der letzten Nacht noch mal wirklich ausreichend Nordlicht, also so richtig spektakulär. Aber ganz generell kann man sagen, dass im Winterhalbjahr in der Nähe des Polarkreises und manchmal auch eine ganze Ecke südlich davon durchaus Nordlichter auftreten. Gerade gestern gab es auch wieder in Norddeutschland Nordlichter zu entdecken, weil es eben einfach einen relativ starken Sonnensturm gegeben hatte und die Teilchen auf die Atmosphäre getroffen sind. In Norddeutschland erwarte keine tanzenden grünen Wolken und so weiter. Du siehst vielleicht ein leicht magentafarbenes oder leicht grüne Schimmern am Horizont, wenn du irgendwo an der deutschen Nordseeküste stehst. Ansonsten ist es schon hilfreich in Skandinavien, Kanada, Nordrussland, wenn es vielleicht jemals wieder möglich sein sollte, oder eben Grönland, Island oder die Faröer zu reisen im Winterhalbjahr, um Nordlichter zu entdecken. Warum fahren wir im März nach Island? Das hat einfach einen Grund. Es ist halt keine reine Nordlichtreise, sondern eine Reise, wo es um die Landschaftsfotografie auf Island geht. Und wenn es Nordlichter on top gibt, dann freuen wir uns sehr. Das bedeutet auch, dass wir den März wählen, weil eben zwölf Stunden Tag ist und zwölf Stunden Nacht, also quasi genau die Zeit, wo Tag-Nacht-Gleichheit herrscht. Und das heißt, man kann den Tag über wunderbar Fotos machen. Und wenn da Nordlichter als kleines Bonbon nachts dazukommen, umso besser. Ist übrigens auch in der letzten Woche zweimal passiert. Und gestern Abend, als dummerweise vormittags und mittags schon ein paar der Teilnehmer abgereist waren. Es war nämlich der Abreisetag und nur einige noch abends da waren. Auch nochmal, so richtig heftig, aber naja, irgendwas ist immer. Auch in den anderen beiden Abenden hatten wir durchaus anschauliche Aktivität. Natürlich ist es super hilfreich, wenn keine Wolken dick ist. Also wenn Wolken sind, das hatten wir vorgestern Abend, dann siehst du bei sehr starker Aktivität, dass Grün durch die Wolken schimmern, aber eben keine richtigen Strukturen und Formen der Nordlichter. Und dann ist das durchaus schade, du brauchst also eigentlich einen klaren, wolkenfreien Himmel. Und du kannst das Ganze auch planen natürlich, sowohl über Wetter-Apps als auch über Nordlicht-Vorhersage-Apps. Blende ich dir mal ein paar ein, beziehungsweise verlinke sie dir unten in der Videobeschreibung. Kannst mal ein bisschen draufklicken, dann findest du schon den ein oder anderen Hinweis, wann, wo, wie die Aktivität ist. Fotomäßig muss man sagen, könntest du es theoretisch mit deinem Handy machen oder auch mit einer kleinen Actioncam. Denn in der Tat, wenn du unsicher bist, ob das, was du da am Himmel siehst, Nordlichter sind oder nicht. Und ganz oft ist es so, dass du sie eben nicht grün sehen kannst, sondern du siehst so einen weißen Schleier, der es auch Wolken sein könnten. Und besonders, wenn du noch nie Nordlichter gesehen hast, dann wirkt es für dich auch wie Dunst oder Wolken. Dann nimmst du einfach mal den Nachtfotografie-Modus deines Handys, hältst das einfach stumpf nach oben in den schwarzen Himmel und drückst mal drauf. Dann macht das Handy ja so eine Art Langzeitbelichtung und sammelt Licht. Und wenn du dann einen grünen Schimmer hast, dann kannst du ganz sicher sein, das werden wohl Nordlichter sein. Dann holst du die richtige Kamera raus und fotografierst eben ordentlich. Und ordentlich, damit meine ich, du brauchst ein Stativ, um eben nicht zu verwackeln. Du brauchst einen möglichst wahrscheinlich Weitwinkel. Also Weitwinkelbilder bieten sich halt an, weil du einen Großteil des Himmels mit abbilden möchtest, damit du möglichst viel der Nordlichter drauf bekommst. Du brauchst eine Kamera, klar, mit, ich sage mal, möglichst großem Sensor. Denn je größer der Sensor, desto mehr Licht kann auf der Sensorfläche aufgenommen werden. Und es hilft ohne jeden Zweifel, wenn du einen Fernauslöser hast, hast du keinen, löst du halt mit Selbstauslöser aus. Aber ganz generell muss man sagen, bei Langzeitbelichtung ist es halt immer hilfreich, wenn du nicht die Kamera anfassen musst, wenn du auf den Auslöser drückst. Ganz generell muss man sagen, ist es technisch so, dass es super hilfreich ist, wenn du erst mal die Blende öffnest. Also möglichst viel Licht durchs Objektiv reinlässt. Also hast du ein Objektiv, was eine Blende von 2,8 hat oder vielleicht sogar lichtstärker, dann nimm das. Das würde ich auch immer bevorzugen gegenüber einem Objektiv, das noch ein bisschen Weitwinkel vielleicht in deinem Portfolio ist, aber dafür lichtschwächer. Ich mache mal ein Beispiel. Du hast so ein klassisches 1635 in Blende 4,0 und ein 2470 in Blende 2,8. Nimm das 2470 und lebe mit den 24 Millimetern, denn diese eine Blende sorgt dafür, dass du einen ISO-Stop weniger verwenden kannst. Und die ISO musst du eh nach oben drehen, weil oft ist die Aktivität halt schwach und der Sensor muss halt möglichst viel von dem Licht einfangen. Und das sorgt dafür, dass du oft so im Bereich von 1600 ISO vielleicht auch durchaus 3200 ISO unterwegs bist. Und wenn du da einen ISO-Stop sparen kannst, ist es natürlich hilfreich, einfach um lästiges Rauschen auf deiner fertigen Aufnahme zu vermeiden. Ich würde versuchen, nicht zu lange zu belichten. Also ich habe gestern, und ich blende dir gleich natürlich auch noch Fotos ein mit den dazugehörigen EXIF-Daten, oft so im 15-Sekunden-Bereich belichtet. Wenn die Nordlichter sehr stark tanzen, das heißt, du hast diese klassische Bewegung, wo so schlängelnde Nordlichter sind und die bewegen sich, werden die natürlich umso unschärfer, desto länger du belichtest. Gleichzeitig, wenn du deutlich länger als 15 Sekunden belichtest, der Himmel ist ja klar, was passiert dann? Dann hast du die Sternenspuren im Bild. Denn die Erde dreht sich, wie wir alle wissen, und das heißt, du kannst dann Star-Trails erzeugen. Das macht man manchmal absichtlich. Bei der Nordlicht-Fotografie ist das oft lästig besonders, wenn die Nordlichter definiert dargestellt werden sollen. Ich habe in der letzten Woche auch ein Nordlicht-Foto gemacht mit Star-Trails in Kombination. Da ist halt der Himmel überwiegend grün und verwaschen, weil die Bewegung der Nordlichter, also das Aufträgen der Teilchen an unterschiedlichen Stellen in der Atmosphäre, dafür gesorgt, dass der Himmel eher flächig grün ist und dennoch sozusagen die Star-Trails zu entdecken sind. Cool ist es, muss man sagen, wenn du in der blauen Stunde Nordlichter hast. Wenn du in der blauen Stunde Nordlicht sehen kannst, dann ist das ein Zeichen für sehr große Aktivität. Dann hilft es einfach. Und das Schöne ist, du hast das Blau und damit den relativ geringen Kontrastumfang zu deinem Vordergrund und gleichzeitig hast du Blau im Himmel und Grün, was eine sehr schöne Farbkombination ist. Also in der blauen Stunde Nordlichter sind natürlich richtig geil. Und dann ist es super hilfreich, du suchst den Vordergrund, weil einfach in den Himmel stumpf rein zu fotografieren oder in so einer, ich sage mal, eher öden Landschaft, ist halt einfach nicht so richtig ideal. Wichtig ist, dass der Vordergrund nicht zu stark beleuchtet ist. Also hast du hier so eine isländische Kirche, die mit, ich sage mal, irgendwie, keine Ahnung, 500 Watt LED rundherum beleuchtet ist, dann ist sie verdammt hell. Also kannst du sozusagen das gar nicht den Kontrastunterschied zum Nordlicht ausgleichen. Das heißt, der Vordergrund, wenn der unbeleuchtet ist, ist super hilfreich. Wenn du ein bisschen Mondlicht hast, über die Zeit der Belichtung und den hohen Iso-Wert fällt genug Licht auf den Vordergrund. Dann solltest du manuell fokussieren. Und wohin fokussierst du? Auf das Motiv. Wenn du sehr weitweg unterwegs bist, könnte man sagen, die Nordlichter sind eh im Fokus. Naja, ich sage mal, wie es ist. Das ist eben tatsächlich nicht so, wenn du stark vergrößerst hinterher. Aber gleichzeitig sind die eh nicht gestochen scharf. Du siehst ja nicht jeden einzelnen Partikel, der deine Luft für Reflexionen gesorgt hat. Aber wenn das Motiv unscharf ist, ist es halt super, super nervig. Was gibt es dann Möglichkeiten, auf das Motiv scharf zu stellen? Entweder funktioniert dein Autofokus. Dann fokussierst du automatisch an. Vielleicht beleuchtest du das Ganze mit der Taschenlampe, damit der Fokus greift. Dann stellst du auf manuellen Fokus um. Oder aber du benutzt Fokus-Peaking und eine Fokus-Lupe. Oder aber wenn es ein sehr dunkles Motiv ist und die Kirche, in der wir gestern waren, die war unfassbar dunkel, besonders von der Rückseite, dann ist mein Tipp, du machst eine Aufnahme, guckst in das wiedergegebene Bild, ob es scharf ist oder nicht. Ich habe das an dem Kreuz der Kirche mal ausgemacht. Drehst den Fokus ein kleines bisschen weiter in die eine Richtung, merkst du, es wird unschärfer, drehst du in die andere Richtung, machst halt einfach fünf Aufnahmen hintereinander weg, guckst immer wieder in die Bildwiedergabe, bis das Ganze scharf ist. Und dann löst du ein paar Mal aus, je nachdem, wie die Norddächter und die Strukturen sind. Ja, so geht das ganz generell, muss man sagen. Es ist immer wieder ein unfassbarer Spektakel. Also jeder, der das schon mal gesehen hat, wird das bezeugen können. Ich sage, wie es ist, wenn man das das erste Mal sieht, ist man schon überrascht, dass es dadurch auch so hell werden kann. Und gestern hatten wir wirklich ziemlich heftige Norddächt. Das habe ich nur einmal vorher so in dieser massiven Form gesehen. Wir hatten einen KP von 5. Was das ist, erkläre ich wieder mal in einem weiteren Video. Aber man muss ganz klar sagen, das hat schon richtig, richtig geleuchtet. Es kann aber auch sehr schnell vorbei sein. Und dann bleib stehen. Wenn du denkst, okay, jetzt ist das vorbei, dann bleib stehen. Es kommt vielleicht wieder. Und Nordlichter klingen ja so, als würden sie nur im Norden zu sehen sein. Gestern waren massive Nordlichter im Osten und im Süden zu sehen. Und von daher guck dich einfach um. Das wechselt auch mal. Du hast jetzt massives Nordlicht in Richtung Norden. Und drei Minuten später ist im Norden keine Aktivität mehr. Dafür siehst du was in Richtung Südosten. Also sich umschauen und einen Plan B haben, hilft wie immer in der Fotografiererei. Denn ja, die Nordlichter sind halt nicht planbar. Das ist ja ein Naturphänomen. Und insofern können die auch mal an irgendeiner Stelle sein, wo du gar nicht damit gerechnet hast. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie unter dieses Video. Wenn du irgendwo Nordlichtfotos von dir hast online, pack den Link unter dieses Video. Gucke ich gerne rein und schaue sie mir an. Und jetzt bin ich dir noch ein paar Nordlichter der letzten Jahre hier aus Island ein. Zusammen mit den Exif-Daten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Eine richtig gute Zeit. Geh raus, fotografieren und dann immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder.